Ich kämpfe hier immer noch mit unserem ersten Stützpunkt. Ich weiß, dass ich das nicht so mache, wie es gemacht werden muss. Sollte. Nee. Die hauen wieder ab, ne? Kann ich denn hier wieder hoch? Nee. Ich einmal hier unten bin, dann... Da kann ich wiederholen. Ich kann mir erstmal Material holen. Was will er denn hier immer mit dem Ding? Wir müssen die Verriegelung öffnen. Das weiß ich. Was ist das da? Was ist das da? Ach, das ist meine Falle. Würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Der da hinten, der ist schon angehittet. Da habe ich noch einen. Kacke. Da gibt es Zeug. Was gibt es da? Schrotflintenmunition, okay. Das war das vorhin auch. Da kriechen sie. Alarm auf der Basis. Alle Soldaten in Einsatzbereitschaft. Ich hätte nochmal gern so einen Raketenwerfer. Der hat sich gut gemacht. Wir müssen irgendwie in die... Erstmal schaltet die Sicherheitskontrollen ab. Genau. Und dann kann ich in die Dings rein. Vielleicht war das jetzt doof, dass der Alarm ausgelöst wurde. Ich habe aber jetzt keine Idee, wie man das hätte anders machen können. Alarm auf der Basis. Alle Soldaten in Einsatzbereitschaft. Kann ich noch welche bauen? Ja, noch. Ich habe das gegründet. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist tatsächlich, sind das hier die Fallen, das da. Die kriechen wir hier unten lang. Alarm auf der Basis. Alle Soldaten in Einsatzbereitschaft. Wo ist denn nun die Kommandozentrale? Soll das das da sein? Das ist ein Geschütz. Aha. Kann ich hier irgendwas machen? Brauche ich hier mein Ding? Oh, 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 oh. E-Aufheben, Inventar ist voll. Warum? Was geht's denn hier? Ich weiß nicht, worum es geht. Blendgranaten. Ach da. Die machen mich verrückt hier. hier konnten wir jetzt rein. Ich hätte jetzt gedacht, dass das der Raum ist, der... Ihr wisst schon. Da ist noch was. Das sind... Oh! Werden da geschossen? Das sind Geschütze, ja. Da hätte ich hochklettern können, glaube ich. Ich habe Angst vor den Geschützen. Hier war was mit Durchsuchen. Was waren das jetzt eben? Ich weiß nicht, was ich hier durchsuchen soll. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich den... Hier. Na endlich geht mal was. Was war das? Hiermit hat er nichts zu tun, ne? Hier. 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 Ah, wie soll ich das denn jetzt machen? Das kenne ich ja noch gar nicht. Ach da, vielleicht? Aha. Gut noch mal. Äh, hä, hä, hä. Also, erst so... Also, erst so... Ach, das waren die Blendgranaten. Schalte die Sicherheitskontrollen des Kontrollraums ab. Da hinten. Da hinten. Denn war das der Kontrollraum da hinten? Da kam ich aber nicht rein. Irgendwie ging das doch nicht. Das wäre jetzt scheiße. So, jetzt wollen wir erst mal gucken. Da baue ich jetzt erst mal drei nach. Noch können wir. So. Und hier... Da baue ich auch welche nach. Noch können wir. Jetzt fehlen mir schon Teile. So, oder ich habe voll. Ich habe voll. Gut. Falls noch was ist. Das andere Ding macht sich besser. Aber dann braucht man die Teile ja auch für andere Sachen. Das ist ja doof. Kann ich da eigentlich ran? Die kann man wieder einsammeln. Gut, das wusste ich nicht. Dann weiß ich das jetzt auch. Das ist das Gewitter hier. Geh mal lieber unten lang. Ja, und wie komme ich jetzt hier ran? Hier kommen wir doch nicht rein. Jetzt ist hier auf. Warum waren da vorhin zu? Hä? Da habe ich aber ganz schön geflucht. Aber das war ja ein Unding. Warum? Verstehe ich nicht. Mal gucken, wo wir jetzt stehen. Da im Raum war noch Blut. Ich glaube, ich war zu laut. Immerhin etwas haben sie dagelassen. Also reinschleichen? Dann gibt es mehr Loot, oder wie? Nein. Besser, Presslusthammer-Schrohflinte. Oh, sowas wie einen Dienstplan nehme ich an. Du bist echt clever. Klaus die Liste und drückst den Leuten... Was? Oh, warte eine Sekunde. Du willst was? Folleck ist interessiert daran. Sehr interessiert. Zeigst du sie ihm, wenn du im Hauptquartier bist? Jetzt ist hier auch auf, ne? Kann ich hier auch rein? Nee. Was passiert, wenn ich hier den mache? Nee. Ja, das kam durch den Alarm. Aber da reinschleichen? Wie sollte das gehen? Wer hat denn dazu Lust? Da ist das doch doll an Fahrgrei orientiert, ne? Das da. So. Ja, oben. Hier oben war was. Ach, guck, da ist ein Glockenbaum. Kommen wir da ran? Ja, ich glaube. Hier an der Seite raus. Das wird schon grün hier, ne? Was wird es denn ganz schnell? Also, man muss sich bloß trauen. Leise wäre schön gewesen. Boah, der sieht geil aus. Aber... Vielleicht hätte es ja noch besseres Loot gegeben. Ich habe eine andere Schrotplinte. Die hätte ich mir mal angucken sollen. Hihihi. Arschloch. Boah, das ist so Dreck... So ein Dreck hier. Jetzt... Ach, geschafft. Dauerhaft gesteigert. So, hier oben sind wir jetzt. Das sieht doch schon schön aus. Da ist das nächste große Lager. Sonst ist hier erstmal nichts Böses. Äh... Da wollen wir jetzt natürlich hin. Kann ich da auch eine schnell Reise hin machen? Zu diesem Ding? Ja. Hauptsache, die bleiben dann auch eingenommen und sind dann weg. Oh. Toll. X. Mann, ich... Ich hatte was... Gniedig. Ich hatte doch... Ich dachte doch... Na? Lass mich durch. Schon wieder. Verpisst euch. Das ist aber hoch, ne? Wieder jetzt. Ich brauche ein bisschen Bogen. ganz eindeutig. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Sauberer Kill. Gniedig haben wir nicht geschafft. Jetzt komme ich da wieder nicht hoch. Siehst du? Jetzt komme ich da hoch. Ich stecke den Scheiß doch weg. 500 Meter. Das ist da hinten irgendwo. Hier ist eure Pferde, ne? Wenn ich noch dran denke, an den ersten Teil hier, an den ersten Film. Wie die da nachts lang gelaufen sind. Wie die da nachts lang gelaufen sind. Äh, ist nicht gesprungen. Und jeder Schritt hat geleuchtet. Oh, das war cool. Das sah richtig cool aus. Cool. Hat gut geklappt. Hat gut geklappt. Ich habe eben noch überlegt, ob das gefährlich wird mit denen. Da sind sie wieder. Mit diesen komischen Venusfliegenfallenmonsterdingern da. Aber jetzt müssten wir... Hier ist so ein totes Gebiet. Vielleicht kann ich das jetzt auch gar nicht machen, ne? Was ich vorhabe. Das sind die Sarento-Gründe. Hier war unser Baum, wa? Wo bin ich denn jetzt? Da drinnen. Da steht verschmutzt. Das heißt... Das wird nicht mehr verschmutzt sein, wenn wir... Das da eingenommen haben. Weil das ist der Grund, ne? Das wird mir aber jetzt zu spät. Es reicht jetzt auch. Okay. Die Flugabwehr-Türme schießen deine Ikran sofort ab. Okay. Ich werde mich vorerst fernhalten. Aber... Was ist das denn überhaupt für ein Ort? Ich weiß nicht, was die RDA da tut. Ria und... Warte mal! Oh. Sorry. Ja. Bin wieder da. Ich weiß nicht, was die RDA da tut. Ria und Taylan könnten dir mehr dazu erzählen. Aber die RDA wird dich zerlegen, wenn du unvorbereitet bist. Wurde es doch gerade erst aus dem Ketteschlaf gerettet. 20. Ja, brauche ich gar nicht erst probieren. Guck mal. Die beherrschen denn das Ganze hier, ne? Ach, hier ist noch was auf der Insel. Ein Glocken... Nee, was ist denn da? Aha. Da reisen wir doch glatt mal hin. So. Das gucken wir uns noch an. Das geht ja schnell. Vielleicht ist da ja noch was Schönes. Ein Skillpunkt. Ich soll Nahrung essen. Kuh. Tee. Ah, da haben wir genug von. Konsumieren wir das. Da müssen wir hin. Hi. 300 Meter. Au. Auf dieser Insel. Was sind das für Geräusche? Irgendwelche Viecher. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ach, die wieder. Ein Taro-Setzling. Die sind friedlich. was ist, was ich bin... ...dü- what? Die haben da sowas gelbes Das muss man treffen Und in dem Po mögen sie auch nicht Ich mach das jetzt einfach mal Und dann bin ich wieder auf meiner Pflanze Die Pflanze mein Freund Komm mal her Verpisst dich Ist auch richtig so So dann haben wir den auch Da komm ich nicht ran Da muss erst alles entkeimt sein Heimatbaum So jetzt gucken wir mal In die Quest rein Da das kann ich noch nicht machen Tödliche Jagd Klingorwald Schatten verfolgen Klingorwald Auf der Karte anzeigen G Äh Betankungsanlage Ah Ich verstehe jetzt nicht Ich hab jetzt gewählt Auf der Karte anzeigen Guck mal was da oben noch ist Da ist noch ein kleines Lager Und ein anderes Ding Und da ist noch ein Bohrturm Neue Quest verfügbar Ich hab die jetzt mal Ich hab die jetzt mal ganz bewusst ausgewählt Die ist hier noch drin Oder was muss ich die erst noch abholen Tödliche Jagd Iwas Segen Die Luft reinigen Hm Wir machen nächste Folge weiter Tschüss Bis zum nächsten Mal